und kostet nichts einfach mal jetzt doch ihr könnt mich auch aktiv unterstützen mit euren punkten die ab wir auch schon gestorben und somit kann ich auch ein bisschen aktiv mit spielen jetzt zum beispiel 300 punkte damit können sie mir zum beispiel unterstützung beim erforschen geben dort mal gucken ob hier was der heftigkeit in explodiert ich sie schon kommen alle leute werden wahrscheinlich sterben hoppen 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 oh das war so klar oha war so klar die luft konnte ich auch nichts hören einfach nur kisten geöffnet hat naja geboren und wieder tot ja das ist manchmal so die friedkopf bekommen die deutsche abtransportieren die tag nicht tiktok weil ich doch weiß übrigens so ist der game kommentiert eben hat manchmal so seinen preis aber es hätte auch feier sein können ja stimmt wohl aber sei es drum liegen ja ein paar tote folgendes unterstützer war ein bisschen gravediggers kann ich da gar nicht reinschmeißen das ging mal eine zeit lang nur dazu sagen nicht schön aber haben wir schon unser erstes bilding fertig was die wir jetzt bauen können ja ja noch ein bisschen medikator ah ja das ist so ein großes Ding Alter, ich werde wirklich das Ding bauen sollen. Schnell gemacht. So, nur noch mal kurz zurück zu der einen Location, wo jetzt die ganzen Leute draufgegangen sind. Wir sind auch schon die ganzen GrafDigger, die unterwegs sind und die Leute abholen. Muss sein. Aber der Verlust war jetzt zwar herbe, war noch okay. 266 Leute habe ich immer noch zum Arbeiten da, so muss es sein. Wasser habe ich genug. Nur noch mal ein paar Leute. Auch noch eine infected. So, zack. Jetzt brauche ich auch einfach noch mal ein bisschen mehr Krankenhäuser. Haltet den davon. Oh, jetzt mal. Äh. Damit. Mehr Krankenhäuser. Mal gespannt, wie schnell es jetzt dauert. Wie schnell es jetzt dauert. Wie schnell es jetzt dauert. Ich freue mich, gleich kriege ich eine neue Maus. Ich bin mal gespannt, ob die Wandi ankommt. Wir haben mal so ein paar Gehäuser gleich zugestellt. Ich bin gespannt. Für Sendungserfolgung mal kurz gucken. Oh, Adios Lucy has died. Gibt so schön. So. In spätestens einer Stunde. In spätestens einer Stunde. Ganz alle infected. Ich kann nicht möglicherweise eine bessere Beine vorstellen. So. Jetzt brauchen wir halt nur noch ganz viel Material. Und äh. Ja. In der Station haben wir glaube ich genug hier, oder? Was mein hier? Ähm. Oh, hier haben wir noch. 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 Aber wir haben noch genug zu bauen. Die Leute haben Spaß. Und das ist richtig so. Der Rock ist nur am lieben machen. Ja, wahrscheinlich wie mobile live, ne? So ist er. Wie er libt und lebt. Oh, hier bin ich. Der Roxy der macht so viel Liebe den ganzen Tag. But then and away. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Leute hier gar nicht mehr nachdenken. Zum Beispiel ist ein Teil, der gar nicht abgedeckt ist. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ist schön hier. Abdecken. So könnte ich es abdecken oder würde ich ausnahlen können. Ich nehme das Risiko an oder nicht? SchwengelTV. Vielen Dank für deinen Follower und herzlich willkommen. Ich nehme das einfach drauf. Ist halt so. Ich kann es nicht ändern. Was ist jetzt hier mit der Pyramide? Ich will die mal fertig sehen hier. Wird so lange dauern. Ein Stückchen trinken, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, wir sind gut dabei. Wir haben einen echt krassen Start hingelegt, würde ich sagen, in dem Spiel. Mein Nugget baut Erze ab. Genau das gleiche würde ich in dieser Uhrzeit auch machen. Ich bin stolz auf dich. Der Rock ist auch immer nur am Schwengeln. Man kennt ihn, Rocks. Er ist ein ganz, ganz wilder ist was. Er kennt ja nichts. weiter geht's. Aber sonst etwas? No, nee, nee, nee. Pushing Netz, Operation. Curious und auch immer ganz wichtig. Logging, so. Mal in die richtige Richtung. Jetzt glaube ich. Ahhhh. Schmeckt schon wieder. Wenn wir den Deckel nicht drauf... Oh, macht's ja geil. ich helfe mir selber auch mal kurz aus habe ich genug deswegen exklariert das momentan auch so mit meiner entwicklungsstufen hier ich denke jetzt kommt noch work shifts und damit sowieso ein bisschen heftig weil dann werden mit ziemlich viele arbeit abgezogen also wir haben fast 600 leute 600 nugget am start innerhalb von drei stunden das ist schon heftig größter problem ist eigentlich dass ich nicht genug storage für die batterien wenn die gleich die glas factory steht dann sieht das eigentlich schon wieder ein bisschen entspannter aus regeltv hat auch schon ordentlich einen reingehauen jetzt hier quasi in den nugget created sehr cool mal kurz unten ich gucke mal wieder user left your channel wollen wir noch mal ein paar mehr bauen in kraftwerken die brauchen wir eigentlich in hülle in fülle dann habe ich mal gespannt ob die jetzt voll wird Ich weiß nicht, ob wir so viele Leute schon haben. Oh doch? Echtlich? Wie viel Gas habe ich denn? 49. Das ist okay. Also das mit den Effekten des Zones, das finde ich irgendwie ein bisschen schäbig. Muss ich ganz ehrlich machen. 2 Gas Factory. Lucy ist in der Gas Factory, schön am arbeiten, so wie es sich gehört. Ja, die sind komplett voll. Das ist schon mal gut. Geil. Läuft doch. Jetzt wird der Glas hergestellt und dann läuft das schon. Ich frage mich, warum so viele Leute sterben. Viele Leute sterben jetzt, weil sie zu alt sind. Ist halt so, ne? Wird sie nichts machen. Wollen wir noch eine zweite Glass Factory? Besser ist das, oder? Ah, was meint ihr? Wohl immer noch ziemlich viele Risse. 236. Was ist hier? Ich möchte die gerne noch eine. Dann noch nur das Triegelbeet bauen. Das ist gut. Wollen wir noch etwas nachk ту poverty zu? Was? Wollen wir einen Zwiebel? Wollen wir jetzt haben? Wollen wir da? Jetzt kommen wir jetzt zum Beispiel zum Beispiel real. Wollen wir ins, okay? Wollen wir das noch hier hin und das noch? Zack, Feuerstation noch hin. So, dann gucken wir mal. Okay. See that. Okay. See that. So, was haben wir hier? Logging. Where is this? 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 Auch Glas. Where is this? 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 So viel hatte ich noch nie in dem Spiel. Aber ich bin schon mal ganz zufrieden. Ich freue mich, wie groß es ist. Bis. 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 Bis.